Herzlich willkommen meine lieben Freunde zum neuen Tränen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier welche Spiele ihr kaufen müsst Freunde mit denen ihr Gewinn machen werdet. Wenn es euch natürlich gefällt sehr sehr gerne ein Däumchen hoch geben. Wenn du hier neu bist, nichts mehr verpassen willst, lasst dir sehr gerne ein Abo da und dann würde ich sagen starten wir rein. Ab geht's. Ja und wenn du sagst du willst noch meinen Top 100 Trading Discord mit exklusiven Trading Tipps und die Trading Tipps vor den Videos, dann ganz einfach einfach auf meinem Twitch Kanal ein Prime Sub dalassen. Ist ja für die meisten kostenlos. Dann könnt ihr so gesehen kostenlos in meinem Top 100 Trading Discord joinen und kriegt hier exklusive Trading Tipps. Habt ihr natürlich kein Prime Sub, könnt ihr mir einfach über Instagram schreiben. Da zahlt ihr einmalig dann 50 Euro und seid für das komplette FIFA auf meinem Top 100 Trading Discord. Du bist auf der Suche nach günstigen Spielen, PSN Karten, FIFA Points oder sonstige Sachen für deine Konsole? Dann schau sehr sehr gerne bei meinem Partner Eneba vorbei unten in der Videobeschreibung. Alles reduziert. Schau sehr sehr gerne vorbei. Danke für deinen Support. Ja Freunde, dann zeige ich euch direkt die Spieler die ihr investieren könnt. Der Discord hat das natürlich wieder ein paar Stündchen früher bekommen wie ihr im Video. Sollte ja klar sein. Hier Martinelli, könnt ihr euch snipen bis 11.5. Meiner Meinung nach sehr sehr gute Informkarte. Da machst du nichts verkehrt, wenn du den für 11.5 maximal mitnimmst. 2k teurer reinstellen. Dann habe ich die drei Karten hier zur Auswahl. Werde ich zu jeder Karte kurz was sagen. Ihr könnt die alle mitnehmen. Ich würde allerdings nur den hier all in gehen. Steht ja auch hier bis 10.2.50. Weil wenn ihr die Karte abstoßt, macht ihr nur 2 Coins minus. Wenn ihr die abstoßen würdet, macht ihr gar nichts verkehrt. Die anderen könnt ihr bis 11k holen. Macht ihr auch gar nichts falsch. Wenn es gefordert ist bei einer SPC, können diese Karten hier locker bis 15.20k gehen. Wenn ihr zum Beispiel bei Alaba, der ja heute Abend sehr sehr wahrscheinlich kommt, kann es sein, dass diese Karten dann gut ansteigen. Und für 11k habt ihr nur Risiko. Kannst du locker auch zur Not UV für 12.5, 13k locker easy wieder verkaufen. Und hast gar keinen Verlust. Ja Freunde, dann gehen wir natürlich darauf ein. Was lohnt sich vielleicht noch zu investieren? Wir sehen hier das TDW. Und ich würde euch empfehlen, heute Abend ein paar Karten da mitzunehmen. Wenn ihr Donnarumma so Richtung 30k bekommt, könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Frimpong zum Beispiel war gestern schon bei 17. Sollte der bei 15 sein, finde ich das auch eine sehr sehr stabile Karte. Petri, wenn ihr unter 20 bekommt, sollte man auch eigentlich nicht viel verkehrt machen. Martinelli ist jetzt ein bisschen hochgegangen, aber ist ja gar nicht schlimm. Der ist jetzt bei 12, 12.5. Könnt ihr auch easy noch für 11.500 locker sniben. Solltest du auch nichts verkehrt machen. Und was ihr auch noch investieren könnt, man muss jetzt sagen, die Ratings sind jetzt wieder ein bisschen hochgegangen. Gestern im Stream habe ich gesagt, für 1.4, die 84er macht man nichts verkehrt. Und ihr seht, die sind schon wieder 4.500 Coins hochgegangen. Sollte heute Abend kein dicker Content kommen, könnt ihr die hier wieder all in einkaufen für 1.4. Da machst du wirklich gar nichts verkehrt. Ich sage euch, die Preise, wie ich sie einkaufen würde, bis 1.4, maximal 1.5. Die 84er, die 85er würde ich gucken, dass ihr die unter 6K bekommt, eher sogar Richtung 5K. 6K ist schon fast zu viel, meiner Meinung nach. Die waren auch bei 5.8, 5.9 gestern. Deswegen guckt, dass ihr die heute Abend Richtung 5K bekommt. Da machst du auch nichts verkehrt. 86er finde ich sogar nicht mal besser, weil die 87er kosten nur 2.3K mehr. Dann würde ich sagen, hier bei denen würde ich maximal 10K zahlen. 10.5K mehr würde ich hier nicht zahlen. Bei denen hier guckst du, dass du die für 13.5 bekommst. Die sind jetzt wieder leicht hochgegangen. Die 88er für 18K sind sehr, sehr interessant. 89er hat man gestern auch für 25K bekommen. Könnt ihr euch weiterhin mitnehmen. Ihr seht hier, der Donnarumma ist gerade mal so gesehen 10K teurer. Also wenn der noch ein bisschen sinkt, auch sehr, sehr interessant zum Investieren auf jeden Fall. Und was wir hier sehen, Neuer war gestern sogar bei 36K. Wird heute Abend bei 35, 34K sein. Könnt ihr mitnehmen. Und Lewandowski bis 40.000. Also der wird wahrscheinlich sogar unter 40.000 heute Abend sein. Da machst du wirklich gar nichts verkehrt, wenn du diese Karte hier für 40.000 mitnimmst. Meiner Meinung nach sehr, sehr gute Karte. Ja Freunde, dann haben wir gestern noch eine SBC bekommen von diesem Favre oder Favre, wie man den auch immer ausspricht. Für 40.000. Ich würde euch den abraten zu machen. Meiner Meinung nach eine Katastrophe, diese Karte. Ich finde, der hat so Katastrophenwerte. Eine Freshheit dieser Preis. Für mich so eine 10-15K-Karte. Also weiß ich nicht. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wenn ich jetzt überlege, dass du den hier für ein 50K kriegst und für den hier 40K zahlen musst. Fast das Dreifache. Und der hier kann noch 2 besser kriegen. Sogar 3 besser mit dem Doppel-Upgrade. Weiß ich nicht. Das ist meiner Meinung nach keine gute SBC. Wir werden heute Abend natürlich live auf Twitch die Weekend League streamen. Kommt da gerne vorbei, Freunde. Und ich habe natürlich wieder ein paar Packs am Start. Die werden wir jetzt noch gemeinsam öffnen. Hier einfach die Weekend League Quali Rewards. Ich habe da, ich glaube, 6-1 geholt. Oder 7-1. Ja, danach macht es ja eh keinen Sinn, weiter zu spielen. Weil es macht nur 10-0 entweder Sinn. Oder natürlich die 6 Siege Rewards. Gucken wir mal, ob wir was bekommen. Wir bekommen sogar den Lewandowski-Kapper. Ne, ne, Zedinsky. Okay. Wäre jetzt natürlich lustig gewesen, wenn direkt der Lewandowski am Start gewesen wäre. Ja, wäre jetzt nichts Besonderes. Aber nehmen wir mit. So, Pack Nummer 2. Und wir haben jetzt noch 2 Mega-Packs. Komm, ich möchte einen Mega-Spieler ziehen in EA Sports. Gib mir was Gescheites. Italien, ZM. Immerhin, Borrella is not bad. Kostet, glaube ich, 16.000, 17.000. Den werde ich auch direkt ein bisschen UV anbieten. Gucken wir mal, was wir noch dahinter haben. Ein Inform, den man eh aktuell nicht verkaufen kann. Ja, so 18.000. Wenn wir mal für 18.000 UV reinstellen. Sollte auf jeden Fall klar gehen. Den Cavajal haben wir noch am Start. Werde ich, glaube ich, auch erstmal behalten für die Alaba SPC. Kostet jetzt nicht wirklich so viel. Haben wir hier noch ein paar, ja, Trikots, die man abstoßen kann. Pakete leider nicht mehr in dieser, ja, Europa League-Version. Ja, Rest uninteressant. Ja, dann haben wir noch das letzte Mega-Pack. Und dann zeige ich euch natürlich noch den letzten Trading-Tipp für diese Folge. Komm, gescheiter Inform, es gibt eh keine guten Informs Martinelli. Ja, nehmen wir mit. Ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, kann man gut für die UV-Liste nutzen. Stellen wir einfach 2k teurer rein. Der Rest ist wieder, ja, nicht brauchbar. Aber ich denke mal, den werden wir für um die 14k UV wegkriegen. Geht auf jeden Fall klar. Für die Liste nicht schlecht. Haben wir vielleicht hinten noch was Brauchbares. Ja, ein Hummels und ein Sané noch. Okay, nehmen wir mit. Jetzt nichts Besonderes. Freunde, dann habe ich noch eine Geringverdiener-Methode für euch am Start. Sogar 2, besser gesagt. Hier ist die erste. Ihr bietet auf jeden ZM aus der spanischen Liga so 450. Weil ihr könnt jeden für 650 ungefähr verkaufen. Ihr seht, dass relativ schnell seid ihr die Karten los. Ihr könnt natürlich auch hier einfach jede Karte bis 500 snipen. Und hier kommt relativ oft was rein. Und ihr seht jetzt hier sogar für 350 zum Beispiel. Oder auch mal eine Bronzekarte. Wieder 150. Und das immer wieder und immer weiter. Dann machst du auf jeden Fall deine Coins. Stellst die Karten dann natürlich so rein, dass sie direkt weggehen. Kannst du auf jeden Fall durchgehend machen diese Methode. Ist egal, welche Karten ihr hier snipet. Ob es Silber, Bronze oder Gold ist. Ist wirklich völlig egal. Ihr könnt hier wirklich jede Karte snipen. Und ich glaube, dass die sogar schon weg sind. Die ein oder andere Karten davon. Also das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut klar. Und dann snipet ihr hier einfach. Also ihr habt jetzt gesehen. Ich habe jetzt wirklich eine Schlange gesnipen direkt 2 bekommen. Und ihr könnt hier wirklich die Bronze- und die Silberkarten sogar relativ oft für 200 bekommen. Okay, den haben wir jetzt nicht bekommen. Die sind auch in den Top-Partien hier. Real-Matrix sind glaube ich ein bisschen teurer. Deswegen den haben wir nicht bekommen, den Boy. Aber so könnt ihr das auf jeden Fall machen. Da macht ihr auf jeden Fall gar nichts verkehrt. Mit dieser Methode kriegen wir den. Leider auch nicht. Okay. Sehr schwer anscheinend die Goldkarten zu bekommen. Und wenn ihr wirklich nicht wisst, was ihr machen sollt, gerade während der Weekend League geht das sehr, sehr gut. Habe ich meinem Discord auch schon, ich glaube vor einer Woche empfohlen. Habe ich in den Videos kaum gezeigt. Er bietet euch die seltenen Goldverträge hier für 150. und stellt die alle so zwischen 350 und 600 Münzen drauf. Macht das mit so vielen wie möglich. Das ist wirklich eine absolute Geringverdienermethode. Aber mit der Methode kannst du auch locker 50 bis 100.000 pro Tag machen. Wer jetzt wie gesagt, ich habe nur 10, 15 K. Onkel, was soll ich machen für die, die jetzt noch aktiv geschaut haben? Dann bietet ihr einfach auf jeden Vertrag hier 150. Ich habe eh noch genug Verträge im Verein. Ich muss jetzt keine kaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem heutigen Training Video, Freunde. Wenn ja, sehr, sehr gerne Daumen nach oben. Wenn du hier neu warst, lass dir sehr gerne ein Abo da. Ich wünsche einen schönen Tag. Haust du rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.